Als ich hier vor zehn Jahren anfing, war ja hier alles pleite. Es gab ja keinen Sinn. Und da habe ich gedacht, wenn jetzt ein Spiel ist, egal wie viele Leute da sind, gehst du mit dem Bar runter, kannst du wenigstens den Schiedsrichter kosten bezahlen. Du musst einfach beschluss sein, um Fortuna-Fan zu sein. Irgendwie sind wir ein bisschen was Besonderes. Beschluss besonders. Positiv Beschluss besonders. Da war die Schiedsbein, wie bist die? Ist das meine? Wenn der Gegner kommt jetzt hier und die Bielefeld hier war, die mussten ja zweimal gucken. Die denken, dann sind wir beim Schulsport. Wir sind ja auch kein erster FC Köln. Das ist doch mal so. Wir haben die Ecke. Wir können eure Weitermachen. Hier mittlerweile mit der Fortuna ins Bett und stehen, mit der Fortuna auf. Also das hätte ich niemals gedacht. Manchmal ist das Warmwasser kaputt. Da müssen sie kalt tuschen. Ja, das hat Fortuna-Köln. Es gehört alles dazu zum Scham. Und dann eben die einzelnen Verdeutschten dabei, sag ich mal. Wo Fußball noch nach Schweiß rief. Hier sammelt der Präsident persönlich, wo jede Tat ansonsten noch. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!